Blubblub Leute, willkommen zurück zu Plague Inc. Wir machen heute die Schweinegrippe. Patient 0 ist mit einem neuen mutierten Stamm des Influenza-A-Virus H1N1 infiziert. Es handelt sich dabei um eine Neuanordnung des Stammes von 2009 mit begrenzter Tödlichkeit. Existierende antivirale Stoffe zeigen moderate Wirkungen dagegen. Eine Analyse seines genetischen Aufbaus hat jedoch ergeben, dass eine Sequenz potenzielle Ähnlichkeiten mit der der spanischen Grippe von 1918 aufweist. Als die 5% der Weltbevölkerung ausgelöscht hat, wird sich die Geschichte wiederholen. Hoffen wir es. Hoffentlich sogar ein bisschen mehr. Allerdings ist es wieder ein Virus, also, ja, screw it. Das ist eh wurscht hier mit der statischen Rückentwicklung. Das wird wahrscheinlich eh nicht gehen. Wie nennen wir sie? Wie nennen wir die neue Schweinegrippe? Pigflu? Sagen dann alle nur noch R? Wahrscheinlich, Lucy, wahrscheinlich. Oh, da gibt es sicher so geile Sachen, Lucy. Wir müssen unbedingt reingucken. Wie nennen wir denn diese Seuche? Es ist ein Virus und dieser Virus, äh, ja, soll eine neue Schweinegrippe darstellen. Schweinchenauer. 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 Schweinchenauer, finde ich aber auch gut. Babesauer? Äh, ist auch doof. Nehmen wir Schweinchenauer, kommt. Der Kater, der hat es drauf. Schweinchenauer. Ne, wir nennen es einfach nur Schweinchenauer. Willkommen zum Szenario Schweinegrippe. Du bist ein neuer Stamm der Schweinegrippe, der mutiert ist in der Lage aus 2009. Darf ich mich nicht wiederholen. Yes. Wir starten... Wo starten wir denn? Wir haben noch nie in Kanada angefangen, ne? Aber es ist ja die spanische Grippe, ne? Also wir starten in Spanien. Der Kater hat einen Lauf, yay. Gibt es hier was Spezielles bei dieser Grippe? Oh ja, Schweineübertragung. Regernuss Schweine als Hauptwirt für ein Antigen-Shift. Dadurch werden Gene mit mehreren Grippestämmen ausgetauscht. Genauso haben wir Tröpfchen. Der Reger wird vom Opfer ab gegen Naturwirtigkeit freigesetzt. Erhöht Ausstellungsgefahr vor allem bei Flugzeugen. Sehr gut. Das heißt, Luft brauchen wir gar nicht praktisch. Oh, wir haben schon eine ganze Menge hier freigeschaltet. Kopfschmerzen. Wir bringen dann die Arbeitsleistung. Fieber. Kann tödlich enden. Das hier könnten wir eventuell zurückentwickeln. Fieber. So, wir haben hier Erschöpfung. Schwächer und weniger produktiv. Erhöht aber die Schwere. Finde ich nicht so gut. Ich will jetzt nicht zu viel zurückentwickeln erstmal. Ich würde gerne mehr Ausbreitung machen. Erhöht Anstrengungsgefahr in ländlichen Gebieten. Ist auch nicht das Tollste. Vielleicht könnte hier Blut gut sein. Ist das hier eine Kombo von den beiden? Wahrscheinlich nicht. Immer noch bessere Tröpfchen. Für mehr Flugzeuginfektionen. Gucken wir mal, was Spanien uns bringt. Wir haben zwei Leute infiziert. Ist noch nicht so viel. Mi, 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 mi. Ja. Ja, ja. So. Mehr Leute infizierten. Jetzt sind wir noch nur zwei. Ja, wir kriegen mal viel DNA. Können in Richtung Wasser und Luft gehen. Können in Blut gehen. Mehr Mutationschance. Ich glaube, das hier ist es sinnvoll. Immer die Vögelchen dazuholen. Beste Art, eine Krankheit zu verbreiten. Und vielleicht wird das der Schweinegrippe gleichzeitig noch eine Vogelgrippe. Na, nimm nicht meine Namensvorschläge. Tut mir leid, Gimli. Der Kader hat so ein Ding rausgehauen. Das kann ich nicht ignorieren. Tut mir leid. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. So sieht es aber momentan ganz gut aus. Wir haben schon ein paar Leute infiziert. Noch nicht so sehr viele. Aber immerhin. Das Feste Liebe in Spanien wird dabei noch helfen, wenn sie dann mit den Schweinen kooperieren. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber vielleicht lassen sie Tauben aufsteigen. Als Zeichen der Reinheit und Liebe. Und das wäre sehr dumm von ihnen. Paranoia wäre gut. Aber erhöht die Schwere. Das erkennen sie so sehr. Also so schnell schon. Das wäre nicht so gut. Was haben wir hier denn noch? Historische Neuanordnung. Ermöglichen Zugriff auf die Ginsequenz der Grippe von 1918. Äußerst tötiger Stamm. Das wäre ein bisschen doof. Mehr Mutationen wäre interessant. Bakterielle Lungenentzündung. Erreger schädigt die Auskleidung der Lunge. Und ermöglicht so eine zweite tödliche Infektion durch Bakterien. Antibiotika reduzieren Wirkung. Alles doof. Mutationen ist nice. Aber brauchen wir noch nicht. Ich will mich erst weiter ausbreiten. Dann eben mehr bei Schweinen. Vor allem können wir zu den Schweinen auch noch Viehbestand nehmen. Das ist ein bisschen unsinnig, finde ich. Was brauche ich denn noch mehr Druck auf ländliche Sachen? Ich bräuchte mehr Urban oder sowas. Finde ich nicht so sinnvoll. Lungenfibrose ist nicht gut. Lungenfibrose wollen wir nicht haben. Gehen wir sofort zurück. Wir werden eh viel zu schnell entdeckt werden. Viel, viel zu schnell. Das heißt, wir müssen uns ultra auf die Ausbreitung jetzt gerade konzentrieren. Ich weiß nur nicht, wie am besten. Aber ich glaube, wir nehmen Wasser und Luft als nächstes. Werde ich jetzt davon zuerst, was ist teurer? Wahrscheinlich die Luft, ne? Ne, sind gleich teuer. Okay. Also interesting. Wenn wir jetzt noch mehr Druck auf Flugzeuge ausüben könnten, könnten wir ganz schnell rumkommen durch die gesamte Flugzeugsachen. Besser erst Aufbereitung. Da hast du recht, Gary. Ja, genau. Wäre halt unklug, wenn wir jetzt schon überall mutieren und sowas. Und ich muss die ganze Zeit rückentwickeln und so. Da verschwende ich nur DNA. Und so schnell wird das nicht teuer werden, die Mutationen, die virale Instabilität. Damit können wir dann am Ende richtig loshauen. Da hattet ihr schon recht. Aber strange. Wir kommen nur sehr schwach voran gerade. Er ist acht menscheninfiziert. Gut, das liegt auch daran, dass es hier ein reiches Land ist. Wir haben das Fieber-Symptom. Fieber erhöht stark die Schwere. Charyngitis. Ne, Fieber will ich nicht haben. Und erhöht auch die Tödlichkeit. Was ich jetzt gerne hätte, wäre die Arzneimittelresistenz. Die wäre hierfür echt gut. Vor allem, weil wir sehr viele reiche Länder um uns rum haben. Zwar auch Arme, aber irgendwie kommt es nicht dahin. Vögel wollen nicht nach Marokko anscheinend. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das soll ein tolles Land sein. Aber okay. Eigentlich fliegen die doch eh durch den Mittelmeerraum und versuchen hier zu überwintern. Also macht es mal hin. Ist jetzt schon Winter? Ja, Winter ist gerade vorbei. Wieso seid ihr nicht? Ach, die oberen Viecher. Die Chance ist einfach zu gering momentan. Wir brauchen zwölf dafür und zwölf hierfür. Ich glaube, die Arzneimittelresistenz... Ja? Ich glaube, wir gehen es langsamer an. Und nehmen erstmal eins der beiden. Damit die Chance größer ist, dass es überhaupt passiert. Wenn wir dann nämlich Arzneimittelresistenz danach nehmen, dann sollte es richtig abgehen. Deswegen würde ich Wasser, glaube ich, zuerst nehmen. Weil wir haben eh schon eine bessere Verbreitung in Flugzeugen. Denke ich mal. Klingt so. Warum mache ich eigentlich so langsam hier? Übelkeit. Übelkeit ist nicht so gut. Hört ihr die Schwere auch, ne? Aber eigentlich minimal. Komm. Ist cool. Nehmen wir jetzt besser... Nehmen wir Wasser. Weil wir haben schon bessere, bessere Verbreitung durch Flugzeuge. Und als nächstes nehmen wir die Arzneimittelresistenz, damit das hier mal richtig kickstartet. Das ist ja schlimm. Wir haben ja schon ein Jahr verbraucht. Einfach nur mit acht Leuten infiziert. Das ist ja kacke. Das ist ja richtig kacke. Komm, gib mir den A-Spiel. Das wird aber auch nicht mehr. Weiß der Teufel warum. Paranoia-Symptom. Oh great. Das wird richtig spaßig. Wir werden uns entdecken. Wir haben noch nichts geschafft hier. Einmal nicht genug. Wir sind in einem warmen Land. Das heißt, kalte Länder müsste auch noch dazu kommen, damit wir Richtung Russland und Kanada gehen können. Und hier Grönland und so. Ist halt immer wieder riskant, weil ich nicht kontrollieren kann, dass ich wirklich alle Länder erwische. Ja, komm, noch einmal ein bisschen DNA. Komm schon. Immer noch nur acht Leute infiziert. Weltweit. Acht Leute. Peinlich. Ist wirklich peinlich. Wir sind schon seit irgendwie, ja, fast einem Jahr dran. Irgendwie sieben Monate, acht Monate. Lungenembolie. Das ist allerdings nicht gut. Ich will trotzdem erstmal die Verbreitung verbessern, bevor ich die Lungenembolie... Oh, potenziell tödlich. Das ist nicht so gut. Wir müssen die Lungenembolie rausnehmen. Möglichst schnell. Aber wir dürfen uns jetzt zumindest mal ein bisschen verbreiten. Schlecht ist, wir können dabei auch Tote verursachen. Dann werden wir auf jeden Fall entdeckt. Sehr gut. Jetzt können wir die Lungenembolie wieder zurücknehmen. Dann kommen auch keine Toten. Schwere geht auch runter. Zentrum von Magnetfeldverschiebung. Eine kürzlich auftretende schwacke Magnetfeld der Erde ist laut Wissenschaftlern stark genug, um von Neuseeland als Energiequelle genutzt zu werden. What? Das ist ja auch mal neu. Jeder fängt mal klein an. Einer wird krank, einer wird geheilt. Anscheinend. Die anscheinend, Gimli. Ist einfach stabil gewesen bis eben. Komm schon, mach mal hin. Mach mal ein bisschen schneller hier. Wir infizieren aber jetzt ein paar mehr. Das ist schon mal gut. Und nützlich. Wir haben genug, um einmal sowas zurückzumotieren. Ja, einfach um die schweren Literalität runterzuhalten. Ich will noch keine Toten. Wir haben noch... Wir haben fast gar keinen. Willkommen zurück, Gibi. Im Wald gab es einen Zwischenfall. Ich hoffe, es war nichts zu schlimmes, Gibi. Warum habe ich gerade kein DNA bekommen? War ich zu spät? War ich jetzt einfach zu schnell. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wirklich DNA verschwendet. Schweinchenauer infiziert Hunderte. Schweinchenauer ist doch so ein geiler Name, ey. Moin. Okay, da gab es wenigstens ein bisschen was. Ich kann trotzdem nicht wirklich was verbessern. Für uns. Ich könnte natürlich die Möglichkeit zur Mutation erhöhen, aber... Die äußerst tödlichen Stamm will ich auf gar keinen Fall. Na, noch nicht zumindest. Außerdem die Frage ist, es haben sich alle so aufgeregt wegen der Grippe. Die der spanischen Grippe ähnelt. Aber die Umstände waren doch in Spanien damals... 1918 oder wann war das? Ne, doch früher, ne? Ich weiß gar nicht, was das war. Aber die waren doch ganz anders. Die hygienischen Umstände waren doch ganz anders. Das kann gar nicht mehr so schlimm werden, wenn die Hygiene stimmt. Ausschlagssymptom mutiert. Ausschlag ist in Ordnung, denke ich. Steht es hier? 1918. Da waren doch die hygienischen Voraussetzungen noch ganz andere, weltweit. Heutzutage sollte das doch eigentlich ein bisschen besser sein. Ich meine, ja gut, in manchen Ländern ist das nicht so einfach. So Afrika und so, wo es eh kaum Wasser gibt. Und man erst mal zwei Kilometer rennen muss, damit man einmal Wasser mitbringen kann. Natürlich Quatsch, ne? Natürlich richtig schlecht. Aber generell sollte die Hygieneanforderung hier ein bisschen höher liegen. Höhe Ansteckungsgefahr in armen Ländern. Maybe, 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 maybe. Hm. Ja, die Infektionsrate geht hoch, aber das Schwere gerade ist auch ziemlich hoch. Heutzutage werden doch auch noch viele durch die Grippe getötet. Ja, natürlich. Es sterben immer Leute durch Krankheiten. Auch durch die Grippe. Aber das sind dann vielleicht Kinder oder alte Menschen, schwache Menschen, die irgendwie, also schwach im Sinne von Immunsystem, schwache Menschen, ähm, die sterben dann auch hochgradig an Folginfektionen und sowas und an Organschädigungen durch sowas, aber das kann man gar nicht verhindern. Natürlich. Es gibt immer welche, die dabei sterben. Aber das sind minimale Zahlen. Das sind vielleicht weltweit 100 Leute oder so. Das ist gar nichts auf die Bevölkerung der Welt gerechnet. Natürlich scheiße für die Leute, die sterben. Ist klar. Aber an sich... An sich ist das gar nichts. Von Leuten, die da sterben. Ich meine, wie viele Fälle gab es in Deutschland zu der Zeit? 100 oder so? Ich meine, so... Kacke für die Leute. Aber an sich ist es nicht, nicht wirklich... viel. Schweinchen Auer ist letztendlich auch im Königreich, im Vereinigten. In Frankreich. Sehr schön. Also wir sind mit dem Flugzeug umhergekommen. Ich hatte sowas schon gedacht. Wir können das mit dem Flugzeug noch verbessern. Und ich bin geneigt, das zu machen. Damit wir noch besser umherkommen. Weil wir haben einen Boost auf Flugzeuge. Wir haben drei Boosts auf Flugzeuge. Einen, den wir standardmäßig mitgenommen haben. Vom Anfang. Über Luftausbreitungen Boost. Wir haben dann Doppel Boost durch die Tröpfchen-Infektion. Und wir haben jetzt nochmal den Boost durch die Luftverbreitung. Also ich meine, vier Boosts. Das muss doch laufen. Da muss doch hier jetzt ein paar mehr Infektionen rumgehen. Durch Flughäfen. Wir sind schon ziemlich lange dran. Bei der anderen Krankheit waren wir jetzt schon fertig. Ich bin echt beeindruckt, wie langsam hier die Ausbreitung geht. Aber gut, das ist natürlich klar. Wir haben ja auch einen reichen Land angefangen. Und ich Idiot habe immer noch nicht die... Doch, ich habe die Arzneimittresistenz sogar schon drin. Stimmt, sonst ging es ja gar nicht voran. Ich mache das hier so ungern jetzt mit dem Viehbestand. Aber vielleicht sollten wir das machen. Seid ihr urban? Oder beziehungsweise seid ihr Viehgedöns? Nein. Es gibt kaum Viehgedöns, Leute. Gucken wir den. Der Reger wird in Luft abgegeben. Die Schwere erhöht sich. Aber Letalität. Ne, den nehme ich weg. Wo wollen wir denn hier... ...Gegenden, die sehr vom Vieh abhängen? Gar nichts. Gibt es sowas überhaupt hier, Viehbestand? Oder gilt das einfach für alle Länder? Als... Als Ding. Vielleicht sollte ich das doch öfter mal nehmen. Weil ich sehe hier nichts mit Viehbestand. Rural... Doch, rural geprägtes Land. Okay, da vielleicht. Rural ist ja das Gegenteil von urban. Das ist halt mehr um Vieh... Oh mein Gott, schaut euch das an. Saudi-Arabien schickt hier die... Schickt hier die Flugzeuge los. Hammerhart. Alter, geht das ab? Direkt mal plus 60 reingekloppt. Nice. Vielleicht sollten wir noch mehr Booster-Flugzeuge geben. Aber ich werde erstmal trotzdem das hier nehmen. Und jetzt können wir starke Zoonose... ...ländlichen Urbangebieten... ...sowie Mutationen und Übertragungen zwischen Ländern. Das ist gut. Ich glaube, die Zoonose könnte gut sein für uns. Und dann soll es das gewesen sein. Die Krankheit breitet sich aus. Okay, jetzt haben sie uns entdeckt. Jetzt haben wir auch wieder die Lungenembolie. Die Lungenembolie ist sehr schlecht momentan. Weil die bringt uns keine Verbesserung der Verbreitungsrate. Da können wir aber die Schlafstörungen dazunehmen. Weniger Produktivität finde ich gut. So, die Arabien versucht zu heilen. Wir haben immer noch nicht Neuseeland infiziert. Wir haben Madagaskar schon komplett. Wir haben Island noch nicht. Und wir haben Grönland noch nicht. Das sind so die wichtigen. Madagaskar schließt an das Grenzen. Das ist uns egal. Haben wir noch hier einen hingeschickt zum Infizieren. Das ist klasse. Hier sind wir auch jetzt schon. Sehr schön. Erbrechen-Symptom ist okay. Wir könnten jetzt auch mal in die Richtung gehen, noch mehr Mutationen zu haben. Ist vielleicht dumm, das jetzt schon zu machen. Ich weiß. Aber okay. Tötliche Infektion will ich nicht. Ich will das haben. Außerdem... Wir sind in einem relativ warmen Land, glaube ich, gewesen. Oh mein Gott. So viele Infektionen hier überall jetzt auf einmal. Jetzt explodiert es hier. Wir waren in einem reichen, ariden und warmen Land. Das heißt, Kälteanpassung wäre gut. Nehmen wir gleich doppelte Kälteanpassung. Weil es so schön ist. Außerdem... Sind wir in Armländern schon sehr? Kälte halt noch nicht so sehr. Mich interessiert, was hierbei rauskommt. Ob es hier vielleicht noch was gibt bei... Aber es sieht nicht so aus. Nehmen wir das noch mit rein und dann ist gut. Schweinchen Auer wurde auf die Beobachtungsliste gesetzt. Die Entzündung haben wir. Sehr schön. Überall sterben die Leute. Aber noch nicht so schnell. Also ist es in Ordnung. Ich bin echt geneigt, wir nehmen das noch dazu. Einfach um unsere Chance zu erhöhen, dass wir noch nach Neuseeland kommen mit dem Kram. Durchfall. Sehr schön. Wir sind in Island. Sehr schön. Komm, Grönland. Grönland und Neuseeland. Dann haben wir es. Fiebersymptom. Das nehmen wir noch mit rein. So. Und. Haben wir jetzt noch die beiden? Ja, wir haben Grönland. Sehr gut. Jetzt kommt nur noch Neuseeland. Komm schon. Projektilwürgen, Symptom-Kombo. Klasse. Lungenembolie. Lungenembolie ist schlecht. Will noch keine Lungenembolie, Leute. Ist zu tödlich. Durchfall. Durchfall ist leicht tödlich. Haben wir noch irgendwas, was mehr tödlich ist? Fieber ist schlecht. Und, und, und. Aha, Neujapan. Ich hasse es. Ich will einfach nicht nach Neuseeland. Komm schon. Überempfindlichkeit. Überempfindlichkeit ist gut. In reichen Ländern. Ja, wir sind in Neuseeland. Oh, sehr gut. Immunsuppression. Symptom-Kombo. Das hätte ich lesen sollen. Damn it. Sorry, Leute. Ähm. Ich bin geneigt, das hier noch zu nehmen. Ja, komm. Ja, weil wir es... Komm, für die Vollständigkeit. Na, jetzt haben wir alles. Beste, beste Verbreitungsrate. Lungenfibrose. Die sterben zu schnell. Und die Lationalität ist zu hoch. Bringt nicht so viel. Entzündung, Überempfindlichkeit, Ausschlag. Immunsuppression. Ach, das war nicht die Symptom-Kombo. Das war... Ja, Immunsuppression, nimm mal weg. Ist zwar gut, aber bringt uns nicht viel. Wir wollen erstmal die Verbreitung erhöhen. Wir wollen, dass die sich hier alle infizieren, die Schweinebärchen. Warum seid ihr eigentlich nur rural? Ich dachte, in Neuseeland wären hier die Dings so gut dabei. Die Schäfchen. Ich kann es nicht zurückentwickeln momentan. 25. Beziehungsweise ich kann nicht die Forschung hemmen. Okay, Australien implodiert. Sehr schön. Kanada ist noch fast gar nicht dabei. Und ich verstehe nicht, warum. Wir haben wieder die Lungenembolie. Das ist schlecht. Spanien zerfällt. Sehr gut. Damit geht die Forschung hoffentlich zurück. Scheiße, wir mutieren jetzt zu viele schlechte Symptome. Denn es könnte sein, dass wir immer noch verkacken dabei. Wir haben einfach nicht genügend Infektionen hier. Und zu viele Tote. Das Heilmittel ist fast fertiggestellt. Ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen können, Leute. Ich glaube, das war es. Ich glaube, das war es. Ich kriege keine DNA mehr, leider. Heilung wird ein bisschen gehemmt. Aber das geht zu schnell. Das geht viel zu schnell. Ich verstehe gar nicht, warum es so schnell geht. Ja, ein paar Länder sind wieder zerbrochen. Sehr gut. Das ist die Frage. Wir können den tödlichen Stamm nehmen. Aber dann ist es vorbei, glaube ich. Dann verkacken wir hier. Wir haben die beste Effektiosität. Das Zurückentwickeln kostet mich. Also ist es nicht wert. Sowas könnten wir gebrauchen als Nennmittelresistenz. Denn dann würde Neuseeland definitiv direkt fallen. Momentan sieht es nicht gut aus für uns. Myokarditis. Das ist schlecht. Das ist jetzt ultra tödlich. Ja, ziemlich tödlich. Entzündet den Herzmuskel. Das wollen wir nicht haben. Zumindest, das hindert mich hier dran. Das zu hindern wieder. Ja. Oh Gott, guck dich die Toten an. Ja, das ist vorbei. Wir sterben so schneller, als wir was machen können dabei. Wartet mal. Können wir hier noch irgendwie den Tod verringern? Verringern, dass es nicht so schnell geht. Nudensuppression. Dysenterie. Ja, Dysenterie auch. Okay. Weil Frankreich. Das wird nicht infiziert. Seht ihr? So, das ist aber Durchfall. Das ist wie bei South Park. Ja. Explosiver Durchfall. So muss das. Schaut es euch an. Wir haben gerade ein extremes Problem, die Leute zu infizieren. Und ich verstehe nicht, warum es in Neuseeland so ein großes Problem ist. Darum will ich halt die Arzneimittelresistenz absetzen. Damit diese Länder hier viel schneller infiziert werden. Weil der Rest ist ja schon praktisch done. Die sind auch schon halb tot. Und leider schaffen sie jetzt, das Heilmittel zu entwickeln. Ich könnte kotzen. Garstige Menschleits gönnen einem keinen Sieg. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist es so, ne? Ich kriege nicht genug DNA mehr, Leute. Ich kriege nicht genug DNA hierfür. Ja, Heilmittel wird jetzt fertiggestellt, dann ist das hier vorbei. Dammit. Ich verstehe nicht, warum es auf einmal so schwer ist, in Neuseeland den Mist zu bekommen. Heilmittel ist fertiggestellt. Ja, wir hatten jetzt in Kanada schon eine richtig gute Infektionsrate und jetzt ist es vorbei. Jetzt gehen die Infektionen weltweit zurück. Das war's. Dammit! Dammit! Da war wieder das Problem, dass wir uns nicht schnell genug ausbreiten konnten. Was komisch ist, wie heißt der denn jetzt? Ich nehme nochmal Indien. Das ist doch räumlich Schweinchenauer, oder? Ne, 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 das sah nicht so aus. So fange ich gerade nochmal an. Warum sagt er mir nicht, wie die Krankheit heißt? Ja, H1. Ja, das dachte ich mir nämlich. Denn irgendwie hat der gerade rumgebackt. Ja, guck mal, ich kann nicht mehr auswählen. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Dammit. Okay, jetzt machen wir aber nochmal. Ich will das Ding schaffen, natürlich. Die statische Rückentwicklung hilft uns aber. Wir nennen sie wieder Schweinchenauer, natürlich. Schweinchenauer. Schreibfehler könnt ihr behalten. So, Indien. Indien ist immer der einfachste Kram. Karibik hat er, glaube ich, auch schon. Ja, ich hatte Karibik schon. Ich hatte alles. Ich hatte jedes einzelne Land. Aber das ist... Wir haben einfach... Es ist gestockt. Und ich verstehe nicht, warum. Lag das nur in diesem Arzneimittel? Mist, das kann doch nicht sein. Wir hatten alle Boni, die es gibt, was hier Übertragungswege und sowas angeht. Und das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Indien ist, glaube ich, nicht rural, ne? Doch, Indien ist rural. Okay, dann wird das sehr einfach für uns. Uns hier auszubreiten über die Schweine. Super einfach. Schweine nomsen sie ja immerhin. Also Kühe ja nicht. Aber Schweine sind nicht heilig, meine ich. Strange, Mensch. Ich dachte, wir kriegen das besser hin. Es sah so gut aus, Leute. Es sah so gut aus. Aber diesmal geht es zumindest viel, viel schneller, wie ihr seht. Einfach, weil es kein reiches Land ist. Schade, ich hätte es gerne auch immer mit Spanien geschafft. Es ist sicher auch möglich. Ich hätte nur einmal eher die Arzneimäherresistenz nehmen sollen als irgendwas anderes und schon wäre das Ding gegessen. Die Schweinegrippe. Richtig schön aufgenommen. Die Schweinegrippe. Die sind auch infiziert. Hunderte. Geht sehr schnell. Guck mal, diesmal war keine zwei Jahre für Gebrauch. Nur ungefähr eins. Wir haben den Bonus auf Flugzeuge. Ich will jetzt erstmal das haben, um mehr DNA zu bekommen. Einfach schon mal die ersten Infektionen raushauen. Bei 2000 Infizierten sollte auch schon mal ein Vögelchen irgendwo anders hier hinfliegen. So wie wir nach China. Da kriegen wir dann eine richtige Masse an Menschen. Obwohl das eigentlich schlecht ist. Ist es besser, eine Masse an Menschen zu bekommen oder lieber ein kleines Land schnell zu überfluten und dort dann die Flughäfen und Dings zu... Oh, Koma-Symptome schon. Sehr gut. Und die Flughäfen und Dings schon zu kontrollieren. Koma ist eigentlich gut, weil es deutlich schwerer zu heilen ist. Was das dumme ist, dass... Dass natürlich auch die Schwere sehr stark erhöht. Aber wisst ihr was? Who cares? Es gibt auch schon Tote. Das werden sie bald entdecken. Aber von daher ist es halt schlecht. Jetzt kann ich noch wegnehmen. Fieber zum Beispiel. So, keine Toten mehr. Die Schwere geht ziemlich runter. Äh... Kopfschmerzen. Arbeitslösung finde ich eigentlich ganz gut. Niezen. Verringert die Schwere. Oder erhöht die Schwere eigentlich. Verringert die Schwere eigentlich. Verringert die Schwere nicht wirklich. Hier kommt die Schwere hier aus der Lungenentzündung. Da investiere ich gerne mal ein bisschen rein in der Hoffnung, dass wir uns nicht so schnell entdecken. Obwohl es schon neun Tote gab. Ja, das ist normal in Indien. Kann an allem anderen auch liegen. Wie waren sie am Gangeschwimmen oder so? Ganz bestimmt. Oder es war die Lungenpest oder so Kram. Gibt's alles. Das wäre auch nice. Ne, ich glaube, jetzt spare ich für Wasserweg. Wir müssen den Wasserweg nehmen auch. Das ist hier ganz gut. Vielleicht kommen wir nach Ägypten und von dort aus dann auch hier über den Suiskanal. 440 weitere Länder. Sehr schön. Dann nehmen wir den Wasserweg. Aber ihr habt gesehen. Gleichzeitig auch den Luftweg, weil der haut richtig rein. Der ist richtig gut. Unnötige, schwere Erhöhung. Keine Money ist mehr. Keine Money ist mehr. Das hat das Problem. Ich will eigentlich die Mutation gestatten, weil A, spare ich mir die DNA dafür, um diese Mutation selber zu kaufen und B, muss ich sie nicht zurückkaufen. Das heißt, ich spare wieder DNA. Sehr gut, die erste Flugzeuge. Das heißt, ich spare wieder DNA und das ist ein Win-Win für mich. Ein absoluter Win-Win. Aber es geht halt leider nicht immer. Aber wir kommen jetzt diesmal ganz gut rum. Das ist schön. Wir sind schon in Neuginea. Philippinen noch nicht lang. Okay, können wir noch ein bisschen besser die Ausbreitung fördern. Bestimmt. Oder so. Ja, sie haben uns schon wieder entdeckt, die Schweinebären. Die Schweinebären haben die Schweinchenkrippe entdeckt, die Schweinchenauer. Schlafstörungen mutiert. Ja, ist okay. Jetzt habt ihr uns eh entdeckt. Ich nehme die Mutationen an. Ich habe wahrscheinlich doch eben zu früh die Mutationen schon gestartet und das war mir auch fast klar. Aber in Indien arbeitet ein Heilmittel. Ja, das wird ein bisschen schwer für euch. Wenn ihr alle nur im Kotzen seid und Schlafstörungen habt. Sehr gut. Wir sind Indonesien. Australien. Das ist ein warmes Land. Das heißt, wir sollen uns die Kälteanpassung dazu holen. Und auch die Arzneimittelanpassung. Direkt auch das. Und als nächstes noch die Luftübertragung. Ich will wieder die Aerosol haben, das Bio-Aerosol. Für die bestmögliche Ausbreitung über Land, über Wasser- und Luftwege. Solange es noch möglich ist. Und wenn ich jetzt damit schon anfange, wäre das Ortsin 23. Denn wir haben jetzt schon so viele Länder, die wir kontrollieren praktisch. Und aus denen Flugzeuge und Schiffe starten können und die dann eben die wichtigen Hotspots treffen. Ja, wie? Großbritannien? Nein! Nicht Großbritannien, Leute. Das ist nur ein sinnvolles Land. Zum Beispiel Neuseeland. Großartig. Seht ihr es? Sehr schön. So muss das. So muss das sein. Dann hier will ich nichts machen. Das will ich also über Mutationen kriegen. Ich könnte das nehmen. Ja, nehmen wir das. Oh nein, 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 nein. Habe ich die noch bekommen. Tag der Sensibilisierung für Schweinchen-Aura. Wohltätigkeitsorganisation veranstaltet einen Tag der Sensibilisierung für Schweinchen-Aura. Habe ich Aura eben gesagt? Ich habe, glaube ich, Aura gesagt. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Forschung zu fördern. Yay! Also, nee, nicht yay, aber yay. Wir werden beachtet, Leute. Yay! Grönland fehlt noch und danach haben wir es. Karibik ist auch immer noch so eine Sache, aber die sollten wir noch bekommen. Die ist meistens relativ einfach und relativ eventlos. Einmal hat sie uns in die Tür versaut. Einmal. Aber sonst nicht. Tötlichkeit erhöhen. Ich würde sagen, wir verbessern unsere Verhärtung und unsere... Diesmal auch direkt die Arzneimittel. Sieht mir gegen den Strich, das, was eben passiert ist. Aber ein neuer Symptom ist gut. Erhöht die... den Aufwand, den sie haben, uns zu heilen. Das war enorm. Indien schließt Flughäfen. Das ist okay. Ihr seid ein bisschen spät, Freunde. Durch das Bio-Aerosol gibt es aber eine ganze Menge Verbreitung hier und wir müssen dorthin, dorthin nochmal. Kommt schon. Wir haben die Kälteanpassung, aber sie reicht nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Reicht einfach nicht. Fieber wäre jetzt gut. Ich glaube, Fieber und Koma wäre jetzt schön. Übelkeit. Erschöpfung. Erhöht nur die Schwere. Die Lungenemolie will ich nicht. Die Lungenentzündung in kalten Gebieten. Yes. Wird in Luft abgegeben. Infektionsrisikoerhöhung. Überempfindlichkeit ist auch nice. Hauen wir jetzt alles raus. Wir wollen hier jetzt das alles implodiert, weil wir sind fast überall. Wir sind noch nicht in Grönland. Da haben wir die Entzündung. Wir sind noch nicht in der Karibik. Kommt schon. Der geht in die Karibik. Na, aber auch nicht. Da haben wir Afrika wieder. Wir können uns das mit der Blutinfektion holen für ärmere Länder. Vielleicht machen wir nicht nach Grönland. Ah, ja. Da sind wir in Grönland. Sehr gut. Und wir sind in der Karibik. Wunderbar. Wir sind überall. Es dürfte jetzt kein Land mehr geben. Ja, kein Land, das ohne uns ist. Sehr schön. Damit haben wir das schon mal geschafft. Und jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Und zu brauchen ist irgendwas, was uns hilft. Schneller zu sein. Schneller zu übertragen. Ich dachte hier zum Beispiel, aber das will ich die Tödlichkeit. Ich will nicht mehr Tödlichkeit haben. Der Rest ist hier alles extrem tödlich. Lungenfibrose nicht so wirklich. Und die Systeminfektion, na, ist doof. Sehr doof. Deswegen mache ich auch die Mutationen jetzt nicht. Ich will die schon wieder so enden, dass ich Frankreichs führe in der Heilmittelforschung. Ja, kröner sein. Klose, ihr Schweine. Von euch kriege ich wieder nicht infiziert. Was komisch ist, denn es ist ein reiches Land und ich habe eine super Arzneimittelüberwindung. Genauso eine Kälteanpassung. Und trotzdem ist hier Grönland und Dings immer noch nicht wirklich gut dabei. Beziehungsweise zu gut dabei. Schubsen wir mal ein bisschen nach hinten. Damit die hier mit ihrer Forschung so gut vorankommen. Wir haben fast alle infiziert. Und wenn wir alle infiziert haben, können wir auch richtig durchdrehen. Und alles umbringen. Und das geht ganz, ganz schnell. Kanada. Kanada und Grönland sind jetzt die Problemländer noch. Weil die nicht schnell genug infiziert werden. Aber es geht. Es geht, es geht. Yeah, Frankreich fällt auch. Und ich glaube jetzt können... Ich werde jetzt die Mutationsrate erhöhen. Nicht so ganz effektiv, als würde ich jetzt voll auf den ultimativen Kill gehen. Aber vielleicht spare ich mir so im Endeffekt mehr. Lungenödem mutiert. Sehr schön. Frankreich wird fallen. Sehr schnell fallen. Balkan sind schon zerfallen. Sehr gut. Und Kanada... Ja, ist alles noch okay. Ist alles noch im grünen Bereich hier. Und jetzt können wir eigentlich den Kill Switch ziehen. Und sowas wie die Lungenemolie und die Immunsuppression raushauen. Oh, warte. Brauchen wir gar nicht. Ich bin so doof. Ich will doch die spanische Grippe neu aufleben lassen. Scheiße, kriege ich jetzt noch genug zusammen? Genug DNA, weil wir sind überall. Ich hoffe, ich kriege noch genug DNA zusammen. Weil ich bezweifle. Und wir sind bei 50% Fortschritt. Oh Gott, come on. Ey, wenn wir jetzt wieder verkacken, dann reihe ich hier direkt ins... ins Bild. Gesamte Menschheit ist infiziert. Das heißt, ich kriege keine DNA mehr. Und die sterben absolut nicht schnell genug. Das gibt's nicht. Die wollen einfach nicht schnell genug abnippeln, die Schweinebären. Systemische Infektion. Sehr gut. Das wird näher die Todesrate erhöhen. Das finde ich klasse. Jetzt müssen Länder sterben, damit wir die Forschung zurücksetzen. Myokarditis. Awesome. Das wird verdammt wehtun. Yeah. Historische Neuanordnung. Done. Äußerst tödlich. Und als nächstes brauchen wir noch die bakterielle Lungenentzündung. Und dann war's das. Oh. Epistaxis. Blutungen der Nasenschleimhaut führen zu schwerem Nasenblut und erhöhen die Anstrengungsgefahr. Ja, toll. Da hätt ich das mal früher gemacht. Ich dachte, ich kriege da direkt die Mega-Letalität. So ein Scheiß. Projektivwirkensymptom-Kombo. Das ist die geilste, ey. Epistaxis mutiert. Sehr schön. Sehr schön. Und ich dafür zahlen musste. Hemoptüse. Blutiger Husten ausgelöst durch entzündete Bronchien erhöht die Anstrengungsgefahr und kann sich in manchen Fällen natürlich erweisen. Das ist nicht wirklich gut. Jetzt haben wir hier noch. Lungenblutung. Schwere Blutung und gesamten Lungenbereiche erhöhen die Anstrengungsgefahr und können zum Erstickungstod führen. Nice. Vielleicht kriegen wir das noch kostenfrei bevor alle tot sind. Die werden noch gar keinen Fall mehr die Heilung schaffen. Jetzt ist die Tödlichkeit zu hoch. Wir haben eine zu große Letalität. Außerdem wird's runtergehen, wenn die Länder kollabieren. Aber werden sie sehr bald. Komm, das hier auch noch. Was haben wir noch? Zytokinsturm. Positive Rückkopplung zwischen Zytokin und Immunzellen führt zu einer tödlichen Immunreaktion und kann bei Heilmittelentwicklung helfen. What? What? Warum kann es helfen? Immorragischer Schock, schwerer Blutverlust, führt zu Sauerstoffmangel, Bewusstlosigkeit und Tod. Das klingt für mich schon viel angenehmer. Also nicht wirklich, aber hier ist schon viel. Angenehmer für die Krankheit. Ja, okay. Das wird eh nichts mehr. Ja, guck mal, wie wir hier jetzt die Kohle reinfahren. Äh, hämorragischer Schock, oder will ich das doch noch sehen? Das könnte uns ein Tod bedeuten, aber wir wissen, was hier kommt. Vollständiges Organversagen. Ja, okay, das kennen wir ja noch. Das würde eh nicht mehr helfen bei der Heilmittelentwicklung. Die sind dann hämorragischer Schock mutiert. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch das vollständige Organversagen. Wir hätten alles. Das ist auch sau teuer. Das geht nur über Mutationen. Mutationen. Und hier, schaut euch das an. Die Schwere. Bäm! Wir haben die Schwere sogar, mit der Schwere die Infektionsrate überschritten. Wie auch immer das geht, weil die beiden sind gleich groß. Gut Job. Vielen Dank, Emily. Es war wieder knapp, aber wir haben es hinbekommen. Es geht. Wir haben es geschafft. Ich hätte sogar Bock auf noch ein Szenario. Ich glaube, die Piratenseuche machen wir jetzt auch noch. Weil lustig. Hey, Drang Unity. Neuen PC aufbauen. Oh, Glückwunsch, Drang Unity. Nice. Das klingt ja klasse. Ja, Schweinchenauer wird die Menschen vernichten. Yes. Sieg. Yes. Alles Leben auf der Erde wurde erfolgreich ausgelöscht. In 555 Tagen. Das müssen wir mal nachmachen, Leute. Unter zwei Jahren. Einmittelforschuss bei 74%. Komplexe Genkomplexität. Solche Tipps Virus. Schon wieder ein Virus, leider. Sehr gut. Leute, wir machen den Cut. Bis zum nächsten Mal auf YouTube. Bye, bye.